Ein herzliches erfrischendes Moin und herzlich Willkommen zurück zu Overwatch später mit Nils und Nephi und ich bin Mercy, warum hab ich Mercy gewählt? Weil du jetzt, weil du jetzt Igor hinterher fliegst. IGOR! Nein, ich kann's nicht ganz so best nachgeschafft. Ich muss gerade noch mal das Essen in den Ofen tun. Hier ist einer oben! Ah, hinter dir Nils! Er hat schon Double-Kill. Ich hab auch schon Double-Kills hier. Da ist so ein Hanzo am Schließen. Und ein Soldier. Wir nehmen da Dinger ein, da kommt ein Genji. Da vorne ist noch... Da vorne wird wieder gesnipet. Ich spamm hier jetzt einfach rum, ey. Ich mach dir gar nichts hier. Zack, nimmst du auf. Ah, den Hanzo hab ich nur gekriegt. Ah, da wird keine Zeit verloren, der Ulti. Heil mich! Heil mich! Danke! Heil mich! Heil mir! Nein! Du kommst hier nicht rein, ey. Komm, die uns ein bisschen mehr schaden vielleicht. Ein bisschen mehr schaden. Ach ey, jetzt ist es immer nur auf Fame aus. Ich hab durch die durchsichtige Wand gesehen, dass er da langkommt. Komm ich hier lang? Alles Gute kommt von wo. Ich bin hier in der Hegel geflogen. Oh, schade. Hallo, Hanso. Na? Oh, das ist denn da. Hallo, Reaper. Hallo, ich bin immer noch hinter dir, Reaper. Hallo. Hi! 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 Ja, chill. Ich hab ihn an die Wand geboxt. Ja, ist ein bisschen durchgedreht, der Nephi. Oh, fuck! Ich heil gegen, aber es... Ja, ne, das hat nicht ganz gereicht, ey. Das geht, das geht. Erstmal down, ey. Nein! Zielpunkt verloren! Bei irgendein paarundsechzig, ey. Bin wieder aus den Beinen. Nein, der Reaper! Ich war aufm Punkt und hab grad noch Soldier fast gemacht. Hallo! Und er musste mich nur einmal anfurzen, ey. Äh, hallo. Ich hab dich hingeworfen. Ich bin down. War ein Soldier, oder? Ja, der Soldier-Ulti. Alter, die sind alle aufs Bot. Alle, 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 alle. Jetzt gibt's zünftig Schaden. Hm, ich guck. Vielleicht nimm mal gleich meine Ulti, oder so. Dann kann ich's dir da wieder rauslocken. Goro, flieg hinterher, komm! Fertig? Ja. Hinter uns. Das ist's. Fertig? Wollt sich natürlich. Alter, sie schießen alle schon hier hin. Achtung, Goro, bist du ready? Ja. Ich muss da jetzt wieder einen Trickjob machen. Oh, Genji! Er geht auf mich, Nefi Komm zum Punkt, Nefi Ja, ich muss zurück jetzt Ach, scheiße Ist das hin, Nils? Nee, auf keinen Fall Jetzt will ich aber sehen, wie er durch die Kuppel gekommen ist Wie sie alle hier sind Das Hanzo ist gut Wenigstens ohne Ohne irgendwie was gemacht zu haben Genji getötet Weil er einfach komplett 100 Schaden bekommen hat Haben die Mercy geändert? Warum? Kann sie vielleicht schneller hinterherfliegen? Ist die Combo deswegen so stark? Vielleicht ist sie, ja, es kann sein Also, dass der Cooldown von ihrem Hinterherfliegen nicht so ist? Sie war die ganze Zeit in der Luft mit der anderen Schreiber Letzten Runden Und du kannst mit Space, kannst du das da auch noch ausbremsen Hm, okay, vielleicht ist Mercy nicht so die beste Wahl Vielleicht könnte ein Roadhog hier nicht schaden Dann nehme ich eine Mae, wenn du... Mace Ulti ist nämlich auch geil Boah, die Tracer, hey Gib uns mal den Speed Hab ich War das schon, merkst du nicht? Ich könnte jetzt klettern gehen Jetzt kommt Heilung Gomm her Oh, was? Da ist ein Hanso wieder Der Roadhog ist also wieder down Da ist ein Hanso gegenüber auf dem Turm Den müsst ihr runterkriegen Okay, haben wir so gemacht Und? Das ist schon mal gut Ja, das nennt man wohl heißblütig Das ist ein guter Anfang Lucio, das nennt man wohl heißblütig Vollgas Die kommen hier von rechts Ich bin tot Ich auch Du lebst doch noch Na, ich bin jetzt aber tot Weil ich waren alle tot und alle waren aufs Spot Weil ich war im Eisblock am heilen gerade Oh, jetzt ist es schwer, den zurückzukriegen, ey Hinter uns, Nithy Äh, Nithy Boah Er hast du die je hingemacht Ich hab mal gecleared Ich hab hier gereinigt mit Eis Oh Gott Kann einer den Hanso mal machen da hinten? Dieses Dreckige Hanso stück Oh Nils, sorry Ich hab dich geclitcht Ich wusste nicht mal, dass das geht Alleine du hast mich gestackt Du hast mich gestackt Ich bin noch drauf Oh, jetzt bin ich tot Du hast mich gestackt Es kann losgehen Äh Okay, Nils, du gehst rein jetzt Wollt mein Eisbein ausprobieren, ey Boah Ja, wir sind allein hier Und die haben aber alle ihre Ulti rausgeholt Für uns Ja, drei Ultis Ja Ich lenk's dir ab, ich bin eingefroren Ich hab dich im Visier Ja, jetzt hat er wieder Abzumelden Komm her, Junge Schade Ja, für uns ist wieder jemand tot Von denen nicht Wir sind immer weniger Keine Forms Dann sind wir jetzt mit Feiler außenrum Scheiße, wieso kann der durch meine Eiswand Geh dran, geh dran, geh dran, geh dran Wieso kann Genji durch meine Eiswand Och, Mann Wenn er sein, sein Dings macht Seine Ulti Ich hab sie genau vor ihm gemacht Und er ist durchgelaufen Ja, wir haben verloren Ah, wir haben verloren Zweite Runde Verloren Kommen wir jetzt auf die neue Map Rack bei Ninja Ja, von dir genau Nur wenn er jetzt Er hat sie wirklich Ich wollt ganz sagen, nur wenn er sie hat Ja, mal gucken, was er so gemacht hat Vielleicht Hat er einen Knopf gedrückt? Ja, eh wahrscheinlich Ah, okay, cool Da stand er da Da hat er das Schiff gedrückt Der stand da Ah, komm, er hat uns alle getötet Ja, mit einer Taste Nein, er musste klicken Er musste klicken Er muss eine Taste klicken Die ganze Zeit Sieben Leute Ja, aber muss jeder Char Komm jetzt Jeder Char muss bei seiner Ulti eine Taste drücken Es gibt keine Ulti, die Skill braucht Ich überlege gerade Ne, es gibt keine Ich finde zumindest bei der McCree-Ulti musst du dich hinstellen Ja, aber da bist du auch auf das Feuer und musst halt auch nur zielen und hoffen Das ist halt auch nicht wirklich Skill Ne, keine Ulti Na gut, dann ist die Frage halt auch, wie dir eine Definition von Skill ist Ja, es ist Also ich finde zum Beispiel sowas wie das von Farah, finde ich lächerlich Also, das ist so super effektiv für so wenig Aufwand Bei Farah musst du dich auch richtig hinstellen Ja, aber da hast du den Vorteil, dass du halt oben durch die Luft fliegen kannst Und du viel schneller in eine vorteilhafte Position kommen kannst Als wenn du McCree bist Da hast du noch die besten Chancen, wenn du dich hinter einem Reinhardt-Schild aufstellst oder so Und dann Q drückst Ja, das ist mein Skin-Nefi Du hast auch einen Skin für den Widowmaker Für den Widow? Ja, den grünen Machen Sie sich bereit zum Angriff Ah Ah, wissen die Leute aber was zu wollen Keine Unterstützung Das ging jetzt echt schnell, ne? Das war Haben auch keine Unterstützungs-Helden, deswegen soll ich vielleicht mal einen nehmen Oh, Zenyatta Wenn die Feinde wieder eine Farah haben, dann ist Zenyatta so scheiße Zenyatta ist One-Shot bei Farah Zenyatta hält auch nicht viel aus, aber der ist halt Er ist halt trotzdem einer der stärkeren Heiler Ja, Heiler und sein Angriff macht halt auch mega viel Damage, wenn er die Sphäre draufgesetzt hat Ja, Reinhardt, okay Ich wache über dich Dann nehme ich doch Mercy, wenn wir Reinhardt haben Reinhardt geht am Morg hier in der Spielhalle Die Welt kann nie genug Helden haben Die Welt kann nie genug Helden haben Boah, ich gehe mir gleich erst mal Opo Watch kommt ja jetzt schon in den Mai statt im Juni, ne? Haben sie einen Monat vorgezogen Bin ich mal gespannt, was dann passiert Ja, nix Dann spielen alle, die bezahlt haben und das Spiel wird voll mit Flamern sein Ich hätte gerne einen Modus, der zumindest noch so ein bisschen Deathmatch mäßig ist Halt irgendwas, wo du nicht extrem weit laufen musst, wenn man gestorben ist So eine Arena? Ja, es kommt doch bestimmt noch, oder? Ja, nix wie King of the Hill, das geht schon in die richtige Richtung Aber ich meine einfach so ein... Oder Capture the Flag, irgendwie sowas Der Capture the Flag kommt doch 100 pro, ey Bei Team Fortress 2 habe ich nämlich auch nie den Eindruck, dass... Ich weiß nicht, ob ich das meinte sehr Dass man da so unglaublich lange Downtimes hat Capture the Flag war auch immer einer der besseren Moden bei Team Fortress jetzt Wieso kriege ich eigentlich keinen Assist, wenn ich Hanso fast totschieße und Farber den Rest mach Hinter uns, Nils Die ist fast tot, komm, mach fertig Ach, jetzt ist sie nicht mehr fast tot Okay, jetzt ist sie tot Jetzt ist sie tot, ich auch Sogar gehundertet So, komm, wir gehen auf den Point Also, wo waren wir noch gleich Aber hat die 150 lebende On Point, Alter, wie gut ist das denn gerade Wo sind die Gegner, hallo? LOL Blizzard LOL Blizzard Yo Ist das wieder so eine typische Hanamura-Runde? Wir gehen jetzt aber durch Der Roadhog war AFK Ich hab Roadhog gerade gemacht Was? Moment, ich komm gleich Ich bin Sniper, ich brauch ein bisschen länger Boah, geht der mir auf den Sack, ey Da hab ich gut gemacht Konne ich dich leider nicht wiederbeleben Nee LOL Blizzard LOL Blizzard Oh fuck, ich hab noch 5 HP Also Gesund und munter Na Das ist mir ein bisschen zu Zu viele Verteidiger Ah, da kommt ein McCree von hinten Hab ich Die sind alle da Ja, die sind doch Ah, fuck, die haben jetzt ein McCree Aber der Angriff war gut Wir haben genug Zeit jetzt noch Feilstrahl auf die Jor Teller wie Koru ist so ruhig Wenn er Mercy spielt Dann konzentriert er sich immer hinterher zu fliegen Ja, ja, ja Ist echt schwierig Oh, sehr gut Kann Reinhard jetzt Junkbird abwehren? Ja Echt? Danke Gut, gut, gut Kann das Schild von Reinhard jetzt Junkbird abwehren? Das würde uns den Siegebracht haben Oh, der will Ah, ne Er hat zu schnell gedrückt Sehr gut, Goro Wegen der Ulti haben wir jetzt gewonnen Haben wir? Wie geht das davon aus? Okay, die Ulti Weiß auch nicht mehr raus Ich bin, ich bin down Alter, die Ver- Die Tracer, ey Geh auch noch drauf Ja, ja, komm, go, go, go Nein Bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf Der eine stirbt am Gift Uh, das war nett Der Lusche steht am Gift Oder? Ist er gestorben? Ne Ne, ist noch am Leben Fuck Da konnte er sich gegen einen Na gut Schade Das war knapp Ich körper dich wieder auf Toll, Reinhard Gehen wir hier alle zusammen lang? Ja Aber ihr kommt da nicht alle rüber Ist das problem? Ah, leider Man kriegt jetzt auch angezeigt Wenn der Headshot sitzt, ne Ganz oft Danke, Reinhard Okay, Nils, du machst mir Schaden jetzt Oh, wir haben gewonnen Nice McQueen macht seine Ulti immer zu spät, Alter Puh, schön Puh Das ging noch gut Reinhard Reinhard Ja, die war gut Die war gut Die ist rumgeflitzt wie sonst was, Alter Das ist eure gerechte Strafe Wow, okay Das war jetzt vielleicht nicht so die beste Situation Ja, war schon in Ordnung War ganz gut Gehen wir Nils nochmal einen hoch hier So, Nils kriegt jetzt endlich einen hoch Wir sehen uns in der nächsten Folge Overwatch Lasten Daumen ist da Wenn es euch gefallen hat Bis zum nächsten Mal Ciao